Musik Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Predigt Bar. Heute feiern wir noch ein bisschen Ostern mit einer Predigt von Stefan Schumann. Nach seinem Theologiestudium arbeitete Stefan Schumann zunächst als freier Regisseur und baute die Studiobühne am Institut für Theaterwissenschaften auf. Schließlich führte ihn seinen Weg doch in den Pfarrberuf und er war viele Jahre Pfarrer in der Pauluskirche im dritten Wiener Gemeindebezirk. Später war er dann Studienleiter des Wilhelm-Dantine-Studentenwohnheim. Die Arbeit mit Studierenden hat ihn sehr geprägt und begeistert. Und nun ist er seit 1. September 2020 in der Lutherkirche in Wien-Währing angekommen. Schwerpunkte seiner Arbeit bilden die Verkündigung, Förderung von Kirchenmusik, Begleitung eines Kindergartens sowie Gottesdienste mit Kindern. In seiner Osterpredigt greift Stefan Schumann das Thema der Botschaft auf. Das Grab ist leer. Doch was tun wir mit dieser Botschaft? Glauben wir der Botschaft? Worin besteht denn diese Botschaft nun wirklich? Ich wünsche Ihnen und Euch viel Freude mit dieser Predigt und wünsche natürlich frohe Ostern. Zunächst hören wir jedoch die Lesung des Bibeltextes aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt Euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor Euch hingeht nach Galiläa. Da werdet Ihr ihn sehen, wie er Euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Eigentlich sind es immer die gleichen Erzählungen, die uns im Jahreslauf begleiten und der Zeit und ihren Gedanken, den Stempel aufdrücken. Ostermorgen, Ostermorgen, das ist die ganz, ganz große Erzählung von den Frauen, die zum Grab gehen. Die große Erzählung von der Lehre des Grabes, von der Begegnung mit dem Jüngling im weißen Gewand und der Botschaft, er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Ostermorgen, das ist die Geschichte des leeren Platzes, wie überhaupt die Plätze der Verheißung in unserem Glauben leer sind. Es ist bemerkenswert. Das Kreuz, natürlich leer. Das Grab, leer. Die Osterbotschaft entsteht genau besehen eigentlich in der Lehre zweier Orte. Vom Kreuz führt der Weg in dieses Grab und die Lehre des Grabes weist zurück auf die Lehre des Kreuzes. Was ist aber jetzt die Botschaft dieses Morgens? Also das, was wir jetzt von heute Morgen an glauben dürfen. Der Stein, dieser riesige, unbeweglich große Stein ist weg, wie die Evangelien sagen. Und sie erzählen das so mit einer wunderbaren Kraft und Kolorität im Duktus des Besonderen und des Außergewöhnlichen und eben, dass dies wirklich nicht alltäglich sein kann. Der Stein ist weg, scheinbar, durch ein Wunder. Und für uns als Menschen heutiger Tage kann genau darin, schon in diesem Wunder, ein echter Stolperstein liegen. Natürlich kann man es auch versuchen, in diesen Tagen humorvoll zu betrachten. So geistert in den Zeiten der Pandemie und der aktuellen Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr ein Foto mit einem Höhlengrab durch die sozialen Medien, wo das Grab offen ist und der Satz darunter steht, das mit der Ausgangssperre zu Ostern hat noch nie funktioniert. Natürlich ein Augenzwinkern. Und doch versteckt eben diese Botschaft, das Grab ist leer, es ist wirklich leer. Und damit bleibt natürlich die Frage, wie halte ich es denn persönlich mit dem Wunder des offenen und leeren Grabes? Muss ich dem Glauben schenken, um die Osterbotschaft hören und verstehen zu können? Beginnt unser Glaube, also dieses Wesentliche unseres Glaubens, so allererst beim Wunder, ist es sozusagen das Eintrittsgeld, ohne dem ich gar nicht weiter schauen und verstehen brauche. Der Karfreitag, der ist ja, man kann sagen, leider so einfach zu verstehen. Ein Mensch stirbt im Leid und unter der Gewalt dieser Welt. Und jetzt am Ostermorgen wird die Botschaft, die doch so freudig ist, so befreiend, so wunderschön, diese ist auf einmal so verschlossen, aber dass der Stein vom Grab weg ist, das ist keine Botschaft. Und darum braucht es auch gar nicht unsere Frage, müssen wir das glauben oder nicht glauben. Es ist, ich möchte sagen, es ist wirklich völlig gleich. Das ist vielleicht überhaupt so ein Problem, dass wir suchen, Dinge zu erklären, zu verstehen, die überhaupt nicht zu erklären, zu verstehen sind und die wir auch überhaupt nicht glauben müssen. Der Stein ist weg, er ist einfach weg und das ist alles. Der Zugang zum Grab, er ist einfach frei. Mehr nicht. Der Stein ist weg und ein Jüngling, der dann natürlich immer als Engel weitererzählt wurde, spricht zu den Frauen. Und auch das ist keine Botschaft. Auch das kann man glauben oder nicht glauben, es hat keine Bedeutung. Wir machen uns unseren Glauben immer so schwer, wenn wir meinen, wir müssten Geschichten Glauben schenken, also wirklich Geschichten, dabei sind es die Botschaften, die Botschaften, die in ihrem Inneren, die im Inneren der Geschichten verborgen liegen, die suchen unser Vertrauen und brauchen unser Vertrauen. Eine Botschaft im Gegensatz zu einer Geschichte, eine Botschaft, kann ich glauben oder nicht glauben, sie ist aber letztlich nicht diskutierbar. Dagegen kann ich sehr gut darüber diskutieren, also wie ist denn der Stein jetzt vom Grab weggekommen, gab es vielleicht ein kleines Erdbeben und man kann darüber sehr kontrovers und sehr hitzig sich auseinandersetzen und viel, viel Fantasie bemühen. Und noch viel mehr beim sogenannten Engel und wie er ausgesehen haben mag, obgleich die Bibel doch recht nüchtern davon erzählt, ein Jüngling in weißem Gewand. Aber einer Botschaft, einer Botschaft kann ich nur Glauben schenken. Das Wort sagt es, schenken oder sich von der Botschaft schenken lassen. Nur als ein Beispiel, ein anderer Mensch, der zu mir sagt, du fehlst mir, du fehlst mir. Diese Botschaft, die ist ja nicht zu diskutieren. Nur wie gesagt, ich kann sie glauben oder ich kann sie nicht glauben, aber sie bleibt an sich wahr von dem Menschen, der es gesagt hat. Es kann natürlich passieren, dass ich dieses Fehlen einfach nicht erfahren habe. Und das heißt auch, dass wir Botschaften mit in unserem Leben nehmen und unsere Erfahrungen damit machen müssen. Und das heißt auch für mich zumindest, eigentlich sollte ich versuchen, Botschaften erst einmal Glauben zu schenken. Weil erst dann, erst wenn ich ihr meinen Glauben schenke, kann ich damit auch Erfahrungen machen. Einer Botschaft, der ich kein Glauben schenke, die verschließt ihre Erfahrungen mir gegenüber von vornherein. Wenn ich der Botschaft des anderen Menschen, der zu mir sagt, du fehlst mir, du fehlst mir Glauben schenke, dann mache ich meine Erfahrungen damit. Und natürlich, sie werden Recht haben. Es können sehr schöne Erfahrungen sein, aber es können auch unglaublich schmerzhafte sein. Aber ich mache meine Erfahrungen mit dieser Botschaft. Dagegen schenke ich dem Wort dieser Botschaft kein Glauben, dann verpasse ich auch alle, alle Möglichkeiten. Ohne Botschaften in meinem Leben Glauben zu schenken, verpasse ich Erfahrungen. Eigentlich ist es noch viel mehr, ich verpasse das Leben selbst in seinen Möglichkeiten, das Leben selbst in seiner ganzen, ganzen Fülle. Botschaften kann man glauben oder nicht, wie gesagt. Und was ist die Botschaft nun vom Kreuz im Lichte dieses Ostermorgens? Der Tod am Kreuz bleibt der Tod. Es ist unser Tod auch. Aber es kommt ein neues Wort hinzu. Ich leie es mir aus dem Johannes-Evangelium, wo es heißt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Die Liebe Gottes zeigt sich mit dem Licht dieses neuen Tages stärker, eben stärker als unser Tod, unser Tod als Menschen. Oder so wie es im Hundit des Alten Testaments wunderschön heißt, Liebe ist stärker als der Tod. Liebe ist stärker als der Tod. Das ist für mich die Osterbotschaft pur in wenigen Worten. Das ist die Botschaft dieses Morgens. Gerade eines Morgens, der wach wird in den Zeiten der Pandemie. Es ist eine unglaubliche Botschaft. So unglaublich, wie das Kreuz als Mahnmal des Todes für uns, dieses Kreuz auf einmal zum Zeichen des Lebens werden kann. So gesehen ist dann der Ostermorgen die Ermutigung an uns zu leben und das Leben in seiner ganzen Fülle und in seiner Möglichkeit und mit seinen Botschaften wirklich zu erfahren. Und das heißt, nicht zu erleiden, nicht nur zu erleiden, sondern womöglich es auch zu genießen. Und der Ostermorgen heißt dann eben, für das Leben einzutreten, zu spüren, wie wertvoll es ist und wie einmalig es ist. Und es ist so unwiederholbar und so einzigartig. Und damit ist der Ostermorgen auch die ganz, ganz deutliche Absage gegen die Gewalt, die ja so alltäglich und präsent ist, dass wir meinen, ja, Gewalt gehört einfach zum Leben dazu. Und Ostermorgen heißt in unseren Tagen gerade das Leben unter der vielen Sorge, die wir einfach haben und auch der vielen Angst, das Leben jetzt nicht zu verlieren. Unser Leben nicht einfach der dritten und der vierten und der fünften und der sechsten Welle einer Pandemie zu überlassen. Ostermorgen ist die Ermutigung, einfach zu glauben, der Botschaft, dass der Tod nicht das letzte Wort bleibt. Und darin verbirgt sich dann die andere Gefahr. Eine Botschaft ist nicht nur zu glauben, sondern diese Botschaft ist auch weiterzutragen. Und wir haben gehört, dass das überhaupt nicht einfach ist. Die Frauen unter dem Kreuz Jesu, die so unglaublich mutig waren, diesen Tod auszuhalten und die zum Grab gehen und nicht wegrennen von allem, was geschieht. Diese Frauen, die also treu bleiben und zum Grabe gehen, sie fürchteten sich nun so sehr, dass sie niemandem etwas davon erzählen wollten. Das ist die andere Gefahr, vor der Größe dieser Botschaft, vor ihrer Tragweite zu verstummen. Wir müssten es laut hinausschreien auf die Straßen, aber wir verstummen vor dieser Botschaft. Denn diese Botschaft hat wirklich, es fällt mir jetzt kein besseres Wort ein, sie hat so eine Sprengkraft in sich. Sie ist eine Warnung, diese Botschaft an die Machthaber und eben auch an die Gewalttäter. Sie ist die Warnung an den Augenschein, dass mit dem Tod ja eh alles vorüber und damit eigentlich gleichgültig sei, was gewesen ist, weil ja alles vergeht. Aber es ist nicht gleichgültig. Kein Leben erlebt. Keine Liebe erlitten. Kein Tod erfahren. Es geht davon, nichts und überhaupt nichts verloren. Es bleibt aufgehoben. Das ist Ostermorgen. Es bleibt alles aufgehoben. Natürlich, glauben oder nicht glauben, das könnte man sich jetzt fragen. Kann ich glauben? Will ich glauben? Aber ich denke, es ist ganz anders die Frage zu stellen, will ich mir diesen Ostermorgen, will ich mir dieses neue Licht, will ich mir diesen Glauben einfach schenken lassen, einfach annehmen. Ich muss nichts tun. Ich muss mir nur einfach offen sein dafür, etwas schenken zu lassen für mein Leben. Das ist die Frage, die wir mitnehmen. Glaube ich. Glaube ich einfach, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber ob ich glaube, oder ob ich in meinem Leben noch auf dem Weg dazu bin, dazu Ja sagen zu können und dieses Geschenk anzunehmen, für diese Botschaft und für diese Möglichkeit, an diesem Ostermorgen, dafür sei Gott Lob und Preis in Ewigkeit. Amen. 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 Amen.